Veränderung trifft uns alle. Dann, wenn wir es wollen und erwarten, aber eben auch dann, wenn wir gerade gar nichts davon wissen wollen. Wer mir auf Instagram folgt oder meine letzten Videos gesehen hat, der wird gemerkt haben, dass ich mich vor einigen Wochen auf eine Reise begeben habe. Wohin es ging? Nach Hause, an dem Bodensee und gleichzeitig im freien Fall auf die Schnauze. In diesem Video möchte ich euch an einer Erkenntnis teilhaben lassen, die zwar hart zu erlangen ist und viele Schwierigkeiten mit sich bringt, aber trotzdem unterm Strich unser Leben ein klein bisschen schöner macht. Um euch ein bisschen besser erklären zu können, worum es in diesem Video gehen soll, muss ich ein wenig ausholen. Als ich noch am See gewohnt habe, hatte ich ziemlich viele Hobbys in ziemlich vielen AGs und habe dabei selbstverständlich auch viele Freunde gefunden. Viele enge Freunde. Ich meine klar, ich habe da fast 20 Jahre gelebt. Das Abi war dann wie ein Schlussstrich für mich, der nicht deutlich genug sein konnte. Der Beginn einer völlig neuen Zeitrechnung. Nicht, weil ich unglücklich gewesen wäre, sondern weil ich Hunger auf Neues hatte. Also schön weit weg, um ja nicht mit den immer selben Leuten an den immer selben Orten hängen zu bleiben. Und hier beginnt das Problem, dass jeden erwischt, der mal von zu Hause weggehen wird. Die Veränderung. Sie ist unaufhaltsam und ein Teil von uns allen. Die Lust auf Veränderung hat mich damals aus meiner Heimat hier ins stundenentfernte Heidelberg getrieben. Was ich damals noch nicht so richtig bedacht hatte oder auch einfach nicht sehen wollte, ist das Resultat der Lektionen, die ich auf einer jetzt oft genug angekündigten Reise erteilt bekommen habe. Im Grunde gibt es zwei geile Sachen, wenn man nach Hause kommt oder wenn man hier am Bodensee nach Hause kommt. Ich habe unten geparkt und zwar ist das erste wirklich positive dran, dass man einfach in den See springen kann. So einfach ist es dann doch nicht, Alter. Nur ein Parkplatz gefunden. Klar, eigentlich fahr ich auch nicht mit dem Auto los und mit dem Fahrrad und da gibt es immer, aber ey, alles voll. Aber immerhin gibt es auch die zweite Sache und die funktioniert. Josch? Was gut? Ja klar, easy. Tja, eben doch nicht ganz so easy. Denn ehrlich gesagt lief das da unten alles gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich meine Josch auf Joschs immer Verlass, aber eben alles andere drumherum. Denn was ich eben nicht bedacht hatte war, dass nicht nur ich mich verändere, sondern eben wir alle. Veränderung ist ein Teil von uns. Die Momentaufnahmen von den kurzen Wochenenden, die ich sonst immer am See war, sind vielleicht gar keine neuen Aufnahmen. Es sind vielleicht einfach nur neue Abzüge von alten Bildern. Das ist nicht so leicht wahrzuhaben und erst recht nicht zu akzeptieren. Und würde ich das Video jetzt an dieser Stelle beenden, dann wäre die Message wohl, geh nie von zu Hause weg, weil dann wirst du ersetzt und unglücklich. Aber das ist Bullshit. Die Message von diesem Video ist, geh von zu Hause weg, denn dann wirst du an dir wachsen. Und die Moral, die ich lernte, heißt, schließ ab, verdammt nochmal. Mach was Neues. Als ich Abi gemacht habe, also 2015, da haben wir noch ein Theaterstück aufgeführt in der Schule und wie auch immer es dazu kam, hieß es, dass ich das dann schneide. Und ja, heute ist der Tag, wo ich das fertig gemacht habe. Auf jeden Fall ist das fertig und jetzt gehe ich das quasi abgeben zu meinem Lehrer. Es ist ganz gemütlich. Treffen wir uns mit dem Kaffee. Ah ja, mein Bild, wir sind fertig. Mal wieder bei der alten Schule vorbeigeguckt. Das ist doch ein erfolgreicher Tag. Den restlichen Teil des Urlaubs habe ich nicht mehr versucht, Altes zu bewahren. Ich habe vielmehr versucht, mich neuen Freundschaften zuzuwenden und mit Josh aka Flying Jesus baden zu gehen. Ich habe mich wirklich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und mich würde jetzt eure Meinung interessieren oder eure Erfahrungen. Wie lief es denn bei euch? Schreibt es super gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kann man sich ja gegenseitig noch bereichern. aus dem, mal wieder zu unterhalten. Das war das Ding. Das war das Ding, das ist doch super gerne. Das war das Ding, das war das Ding. Und als ich ganz gut bin, dass die Nähe Grandeur und die Stadt lebt. Gerechtig ist die Nähe oder die Nähe der Nähe des Hausesverstands. Es war das Ding. Das ist ja, wenn ich vielmehr sage, warum ich kein schwer. Es hat das Ding, das ist. Es hat sich in jedem Fall geboten. Es war das Ding. Jesse, it hurts Goodbyes are hard Especially when you were apart From my whole damn life till now Goodbyes are hard So let's go Move on, another door is open Now what the fortune has given to you Don't stop, you'll have to do something new You have to grow So let's go Move on, another door is open